Musik Musik Demir manipuliert die Navigation Er versucht mich zu bremsen Konzentrier dich nur auf einen Ort Kostar Versuch ihn zu drehen Musik Die Scheiße schickt mir Leute Wir müssen den Platz machen, ich falle in die Seite Achtung Fuck, ein Treffer Musik 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 Aus Musik Amir manipuliert die Navigation Er versucht mich zu bremsen Ich konzentriere dich nur auf einen Ort. Leitstellen, wir haben Knappabanz mit der Rekke, ein Flüchtiger gefunden. Verstanden. Eine Hochleistungspatrugier ist auf dem Blick zum Verdächtigen. Wir nehmen dich auf die Hörner. Passt auf! Wir können noch nicht auf die Hörnen gehen. Hey, weiter! Lass uns dann holen, кругlich. Stehen bleiben, ich wiederhole sofort. Stehen bleiben. Wir haben ihn. Wir werden die Kasse in Smart City. Sieh an! Ich wiederhole! Halt für Sie an! Sieh an, Sieh an, Sieh an, Sieh an, Sieh an, Sieh an! Verletziger kann nicht weit sein, Stürmer sind auf! Wir rücken aus! Sieh an, Sieh an, Sieh an, Sieh an, Sieh an! Notrufzentrale, worum geht es bitte? Ja, Polizei! Zeit! Schnell! Komm schnell! Ich sehe, was du tust. Du trägst eine kleine Virodruhe zu. What happened to me? Dann kommst du uns nach Hause. Karte! Schiff da! Ich hätte gedacht, eine Hackatur, sie hat diese kleine Dinge in der Bahn. Sie ist ja tot! Was he? Na, wo wir jetzt aufheben? Gib dein Bestes und ich gebe eins. Und dann kannst du dein Lieblings damit angeben. An alle! Eine Suchleistungspatrouille ist auf dem Weg zu seinem Standort. Was hängt hier in der Ausweite? Ich versuche, ihn zu kriegen! Siehst du, wie smart das Netzwerk ist? Es antizipiert das Problem. Dich! Und wir ihn! Wir haben gelernt. Wir wollen es nicht hierzu. Wir wollen es nennen. Wir wollen es nicht hierzu. Wir wollen es nicht hierzu, sondern wir wollen es nicht hierzu. Wir müssen es nicht hierzu. Ich hab ihn verloren, das war's für heute. Alle Einreiten, eine Hochleistungspatrouille ist am Verdächtigen dran. Alle Einreiten, eine Hochleistungspatrouille ist am Verdächtigen dran. Alle Einreiten, eine Hochleistungspatrouille ist am Verdächtigen. Geniale Verteidigung ist der Bestlerangriff. Die Hochleistungspatrouille ist am Verdächtigen. Alle Einreiten, ein Karten. Sieht ihn einer? Alle Einreiten, haben ihn verloren, das war's für heute. Erledigt. Deine Viren sind drin. Okay, dann geht's los. Du musst zurück zum Schwachpunkt, wo wir begonnen haben. Das wird sich für dich öffnen wie... Rachaubecker. Du hast direkten Zugang zum Satellit. Das ist das Wichtige. Direkter Zugang zum Satellit. Du sagst, das ist der Backup? Und ein bisschen mehr. Sobald du drin bist, drückst du den Abzug. Licht ausreben. Und wenn du Glück hast und ich so klug bin, wie meine Vita sagt, kannst du dem jetzt Standort finden. Mehr will ich nicht. Versuch. Oh, da sind wir. Oh, fucking hell. Oh, okay, okay. NPS Warte, diese Dänze, wir haben dich beobachtet, wir wissen was du tust. Du durchtrennst die CDOS-Zeitungen. Genieß die Show. Gib uns 30 Sekunden. Wozu? Wir hinterlassen unser Code im CDOS. Wenn das System später neu gestartet wird, kontrolliert derzeit die Maschinen von innen heraus. Wir reparieren, was Blue zerstört hat. Wir brauchen nur 30 Sekunden. 30 Sekunden? Keiner erfährt was? Unser Geheimnis? Wir werden die Watch Dogs sein. Nein, davon habe ich genug. Das werden wir nicht vergessen. Das werden wir nicht vergessen. Das wird auch nicht vergessen. Die Satellitenverbindung steht. Von hier aus kann Tibo und das ganze System rügen. Das hält Demian auf. Ich finde ihn. Die Satellitenverbindung steht. Die Satellitenverbindung steht. Die Satellitenverbindung steht. Die Satellitenverbindung steht. Sie hat geholfen, Lina zu töten. Du weißt, dass es stimmt. Was ist mit dir? Man könnte dich für Linas Tod verantwortlich machen. Ich frag mich, wer sowas denkt. Warum da stoppen? Geben wir dir die Schuld. Soweit ich weiß, war der Merlot-Job deine Idee. Ich mache mir jeden Tag Vorwürfe. Für den Plan, weil ich dich traf und nicht auffiel, als ich die Chance dazu hatte. Das passiert mir nicht nochmal. Ich sehe ein Problem. Ich greife ein. Oh ja, dieser Rächer. Hab die Zeitung gelesen. Im Moment sehe ich dich als Problem. Und ich werde dich kriegen. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Ah no. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020